Moin Moin und herzlich willkommen zum nächsten Whisky Adventskalender Video. Diesmal haben wir das Fläschchen Nummer 19 auf dem Tisch. Fast sind wir an der 20 ran, fast ist Weihnachten, also Ende der Woche ist schon Weihnachten und ich würde sagen, spannen wir uns selber nicht länger auf die Folter, sondern gucken was in Flächennummer 19 enthalten ist. Ich bin schon gespannt. Bisher war die Auswahl, finde ich, für so ein Adventskalender wirklich grandios und umso gespannter bin ich, was jetzt hier in diesen Flächen ist. Von der Farbe her ist es ein bisschen heller, weiß man nicht, ist es nicht gefärbt, es ist einfach ein bisschen jüngerer, aber wie gesagt, bei der Farbe halte ich mich nicht lange auf. Und hier habe ich nussige Aromen. Ja, nussig, cremig. Auf jeden Fall habe ich ja wieder so ein bisschen so Gebäcknoten. Bei mich riecht das ein bisschen so nach Casio Nüssen. Kennt ihr die in den Dosen? Da könnte ich mich ja kaputt dran essen, vor allem diese gesalzenen. Der riecht auch ein bisschen älter. Ich würde sagen, irgendwas zwischen vielleicht so 10 und 15 Jahren. Was heißt älter? Älter geht natürlich immer, aber es ist kein ganz junger. Der wirkt ein bisschen gesetzter, ein bisschen runder. Ich habe eine Malzsüße, eine Malzigkeit habe ich hier drin. Ich gebe diese Nussigkeit. Und eben noch so Gebäck. Also nicht Gebäck, sondern so Teig. Also wieder so Mürbeteig. Also entweder liegt es daran, dass wir jetzt Weihnachtszeit haben und daher ich irgendwie generell so diese Weihnachtsgerüche so in der Nase habe. Aber ich kann mir nicht helfen. Irgendwie ist wieder sowas Gebäckiges mit drin. Das riecht gleichzeitig aber auch mit einem klassischen Whisky. Also so wie ich mir ein Whisky quasi vorstelle oder wie die für mich geschmeckt haben, was ich angefangen hatte mit diesem ganzen Whisky Thema mich zu beschäftigen. Ich denke da ist wieder ein bisschen mehr Alkohol drin. 40 Prozent werden es nicht sein. Und ja, was leicht Florales schwingt jetzt noch mit. Oh ja, was leicht Florales. Aber nichts Junge ist. Also nicht so diese, ich habe manchmal so einen Blumenladen, sage ich immer, bei den Jungen, ganz jungen Whisky's. Aber hier ist das einfach noch was Grünes. So wie blühende Pflanzen, ein bisschen wie Frühling. Wenn dann alles anfängt zu blühen. Oh ja, das ist so, dieses grüne Florale sind eher so diese Blüten. Wenn das alles so nach Frühling, nach Blüten, frisch, fruchtig, Floral und Nuss. Ja, wollte ich sagen, bevor wir jetzt aber hier lange rumrätseln, gucken wir auch mal da rein, was das hier für ein Whisky ist. So, Nummer 18 war gestern, Nummer 19 ist heute. Und hier haben wir einen, schlauer Brille muss ich absetzen, Old Particular Baumenach. 12 Jahre. Refill Huxet mit 48,4 Prozent von der Space Side. Ja, Baumenach habe ich bisher, glaube ich, noch gar nicht im Glas gehabt. Ich weiß aber, dass Baumenach wohl so ein bisschen, so steht es, glaube ich, auch hier drin. Irgendwas hatte ich gerade gelesen. Genau, dass man denen immer sagt, dass die so im alten Stil Whisky brennen. Dass die noch so im alten Stil das machen. Viel mehr kann ich dazu aber gar nicht sagen. Old Particular ist auf jeden Fall eine Abfüllungsreihe von Douglas Lane. Ist, denke ich mal, jedem irgendwo ein Begriff. Vor allem von dem Big Pete, den man ja mittlerweile überall kriegt. In jeder Kaufhalle, in tausend verschiedenen Varianten. Oder wie den Timor's Beastie, was es da alles noch so gibt, tausend Sorten. Auf jeden Fall hat er hier eine Single Cask Abfüllung. Und ich gucke mal nach. Es steht jetzt nicht direkt drin, was das ist. Auf jeden Fall ist er nicht gefärbt, nicht gefiltert. Das weiß ich. Die sind nicht gefärbt, nicht gefiltert. Und das Ding ist wieder auf 372 Flaschen limitiert. Also wieder was limitiertes. Und zudem, wissen wir auch, so steht es hier drin, dass der 2008 destilliert wurde und 2021 abgefüllt. Tja, zumindest so ein paar Infos haben wir jetzt hier mal mit dabei. So ein paar Infos konnte ich dazu geben, auch wenn ich mich mit Wollmannach an sich nicht wirklich auskenne und noch nie beschäftigt habe. Aber von der Nase her gefällt der mir ganz gut. Der ist straight, der hat die Sinnlosigkeit drin, dem auch ganz gut gefällt. Diese florale Note, diese Blütennote würde ich schon fast sagen. Aber schauen wir mal, was auf der Zunge zu bieten hat. Cheers! Der ist kräftig, würzig. Das habe ich ja auch so eine Würzigkeit erst mal auf der Zunge. So eine leichte Schärfe. Aber so süßlich scharf. Ja, ich kann jetzt gar nicht so richtig greifen, was es ist. Mich erinnert das wieder ein bisschen an so scharfen Zimt. Die Nussigkeit ist mit dabei. Die schwankt jetzt allerdings oder hat sich jetzt gedreht. Von Cashew zu Haselnuss. Habe ja auch so eine leichte Vanille mit dabei. Und diese floralen Noten, die ich in der Nase hatte, die habe ich jetzt auf der Zunge mit. Und zwar erinnert mich das so ein bisschen, da gibt es teilweise, kriegt man das mal, an so Rosengeschmack. Es gibt da so Roseneis und Rosenlimo als Aroma. Und so ein bisschen erinnert mich das an so Rosengeschmack. Vom Abgang her kräftig, trocken, da kommt gut Holz mit. Eine gute Würze kommt da mit. Ich würde sagen, das ist schon so eine Eiche, die da mitschwimmt, also einfach mitschwingt. Einfach kräftig. Ja, gefällt mir ganz gut. Ich weiß gar nicht, wie der Preis sich liegt. Ich glaube, irgendwas so um die 60, zwischen 60 und 70 Euro habe ich das mal gesehen. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist das ein schöner, straighter, leckerer Whisky. Ein ganz klassischer und wie man hier auch schon geschrieben hat, oder wie man den auch schon nachsagt, so ein bisschen Old Style. Da ist nichts irgendwo Verspieltes, da ist nichts Modernes oder nichts irgendwie, was aus der Reihe fällt. Der ist einfach nur kräftig, stark. Das, was er macht, macht er auf den Punkt. Und ja, der macht einfach Spaß. Der liefert ab, ohne zu viel abzuliefern, ohne zu viel zu wollen. Die 48,4 Prozent. Natürlich kann man da noch ein Tröpfchen Wasser reingeben. Ich finde aber, man muss es nicht. Muss jeder selber rausfinden. Und ja, den lasse ich mir jetzt schmecken. Und ich bin schon gespannt, was morgen in Nummer 20 drin sein wird. Wir nähern uns da jetzt wirklich dem Finale. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das seht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder reinschaut. Bis dahin. Ich freue mich auf euch. Euer Zip Violet. Cheers. Cheers. 情 Untertitelung des ZDF für funk, 2017